Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janik Brün und in diesem Video geht es weiter mit unserer Datenbanken- und SQL-Tutorial-Reihe in MySQL. In den letzten Videos haben wir die verschiedensten Dinge gemacht. Wir haben eine Tabelle angelegt, eine Datenbank angelegt. Wir haben im letzten Video sogar direkt schon Datensätze in unsere eigene Tabelle eingefügt, die wir Benutzer genannt haben. Und ja, das war schon ziemlich cool. Ich kann auch diese Tabelle einfach mal ausgeben lassen. Select alle Spalten mit dem Stern aus der Tabelle Benutzer. Und wenn ich das ausführe, dann bekommen wir hier unsere Tabelle angezeigt. Das ist also schon mal ziemlich einfach, aber auch ziemlich cool. Kann man echt nicht sagen. Wir wollen jetzt aber nicht alle Datensätze aus unserer Tabelle anzeigen lassen, sondern nur bestimmte. Das heißt, wir wollen in diesem Video mal lernen, wie man bestimmte Datensätze filtern kann. Und hierfür kann man die WHERE-Klausel benutzen, beziehungsweise muss man die WHERE-Klausel benutzen. Wenn man zum Beispiel sagen will, wir wollen nur den Datensatz anzeigen lassen, der die ID Nummer 3 hat, das wäre hier dieser Ludwig Schäfer, dann könnten wir mit WHERE diese Bedingungen formen. Und dann wird wirklich nur der Datensatz angezeigt, der diese Bedingung, dass die ID gleich 3 ist, auch erfüllt. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt mal. Ich habe hier oben von unserem Select from Benutzer hier das Semikolon weggemacht. Denn diese Anweisung geht jetzt hier in der nächsten Zeile einfach mal weiter. Wir schreiben hier jetzt nämlich WHERE. WHERE bedeutet so viel wie wo, das heißt, gebe uns jeden Datensatz aus der Tabelle Benutzer aus, wo, und dann kommt eine Bedingung, die erfüllt werden muss, damit dieser dann auch angezeigt wird. Zum Beispiel WHERE ID gleich 3. Und dann kommt das Semikolon. Hiermit sagen wir jetzt also, gebe uns alle Spalten von der Tabelle Benutzer aus, von allen Datensätzen, bei denen die ID den Wert 3 hat. Führen wir das Ganze einfach mal aus und siehe da, in unserer Ergebnismenge steht 3, Ludwig und Schäfer. Also das ist hier dieser Datensatz Nummer 3 für den Ludwig Schäfer. Das ist also ziemlich cool. Hier mit der WHERE-Klausel können wir tatsächlich Bedingungen schreiben, die erfüllt werden müssen, damit ein Datensatz in der Ergebnismenge dann auch ausgegeben wird. Und das ist doch mal ziemlich toll. Wir können ja natürlich verschiedenste Operatoren anwenden, um diese Bedingungen zu formen. Wir könnten zum Beispiel sagen, wo die ID gleich dem Wert 3 ist. Wir könnten aber auch sagen, wo die ID ungleich dem Wert 3 ist. Ungleich ist dieses Ausrufezeichen mit dem ist gleich. Damit wird ganz einfach gesagt, dass jeder Datensatz ausgegeben werden soll, bei dem ID nicht den Wert 3 hat. Führen wir das Ganze einfach mal aus und siehe da, wir haben alle Datensätze aus unserer Tabelle, außer die Nummer 3. Das heißt, der Ludwig Schäfer ist in unserer Ergebnismenge nicht mit drin. Wir können auch andere Sachen machen. Wir können zum Beispiel sagen, gebe uns jeden Datensatz aus, wo ID kleiner ist als 3. Das heißt, mit diesem Fischmaulzeichen hier können wir sagen, ob ein Wert kleiner sein muss oder größer sein muss. Und ja, das ist auch ziemlich cool. Wenn ich das mal ausführe, dann werden uns alle Datensätze aus unserer Tabelle angezeigt, die eine ID von kleiner als 3 sind. Das heißt, es wird nur 1 und 2 angezeigt. Wenn wir das Ganze auf 4 erhöhen, dann werden natürlich auch die Nummer 3 angezeigt. Das ist also auch ziemlich cool. Wir können auch sagen, kleiner gleich. Das ist dieses Fischmaul mit dem Ist-Gleichzeichen oder auch größer gleich. Das fügt einfach diese Zahl hier, die 4, dann auch noch mit in die Ergebnismenge ein. Das heißt, wenn ich das mal ausführe, sagen wir einfach hier, ja, lassen wir es einfach so. Also unsere Bedingung ist hier jetzt, gebe uns alle Datensätze aus der Tabelle Benutzer aus, bei denen die ID kleiner oder gleich 4 ist. Damit werden alle Datensätze dann tatsächlich auch angezeigt, denn die 4 ist hier ja auch mit eingeschlossen. Und ja, dasselbe geht natürlich auch für größer gleich. Da wird dann natürlich nur die 4 angezeigt, denn wir haben in unserer Tabelle Benutzer nur 4 Datensätze drin. Und ja, das ist die WHERE-Klausel. Damit können wir Bedingungen formen, die erfüllt werden müssen, damit ein Datensatz dann auch in die Ergebnismenge reinkommt. Das ist also ziemlich cool und ja, das war es dann auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Und falls du es noch nicht getan hast, dann würden wir uns auch sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Denn so wächst unser Kanal und du bekommst die neuesten Videos immer direkt in deine Abo-Box geliefert. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich. Auf Wiedersehen.